Ich bin Karin, bin 34 und Stinnerin im Nationalteam von E-Rolli Fußball Österreich. E-Rolli Fußball ist eine Sportart für Menschen mit Behinderung, ausschließlich für Menschen, die einen elektrischen Rollstuhl benutzen. In jedem Team spielen vier Personen, einer im Tor und da ist halt Verteidigung, Sturm und Mittenfeld. Es gibt die 2 zu 1-Regel, dass zwei Spieler von der einen Mannschaft nie einen einzelnen Spieler von der anderen Mannschaft attackieren dürfen. Dann gibt es Frauen. Das ist so die wichtigste Regel noch. Und hier die Tore ziehen. Unge Tore kann man nicht gewinnen. Also ich hoffe, dass E-Rolli Fußball bald bei den Olympischen Spielen als Sportart anerkannt werden wird. Ich weiß, dass es schon probiert wurde damals, aber abgelehnt wurde. Aber ich hoffe bei den nächsten Spielen, dass wir dann dabei sind. Also das finde ich eines der Besonderheiten an diesem Sport, dass man wollen Männer und Frauen jeden Alters spielen können in einer Mannschaft. Weil es halt nicht so sehr um physische Kraft geht. Ja, es ist halt der einzige Artikel Sport, weil meistens eben Männer und Frauen getrennt sind. Und das ist sowas Besonderes und macht einfach auch Spaß. Heute in einer Masche. Wir lassen landen. Oh. Zu unserem ersten internationalen Turnier. Wir kommen so zusammen. Richard De broadcasting. Wir sehen ein bisschen Glas. Untertitelung des ZDF, 2020